Es fällt dir schwer, an die Kraft deiner Gedanken zu glauben, an die Macht, die in dir steckt, an die Schöpferkraft, die du hast und daran, dass du selbst dein Leben positiv verändern kannst, indem du deine Gedanken auf deine Ziele fokussierst, dann mach doch bitte folgende Übung mit mir. Stelle deine Füße hüftbreit nebeneinander, deine Körpermitte ist fest, jetzt hebe deine Arme in Schulterhöhe, gerade nach vorne und jetzt rotiere zu einer Seite deiner Wahl mit deinem Arm nach außen, nehme deinen Blick dabei mit, die Füße bleiben auf dem Boden und merke dir den Punkt, wie weit du rotieren kannst, komme zurück zur Mitte, lass die Arme wieder sinken und wiederhole jetzt diese Übung in Gedanken, gerne kannst du dazu deine Augen schließen, damit du noch mehr bei dir bist, hebe deine Arme in Gedanken, rotiere wieder nach außen und jetzt kommst du weiter als vorhin, dann rotiere wieder zurück zur Mitte, lass die Arme in Gedanken sinken und öffne wieder deine Augen. Diese Übung wiederholst du jetzt, hebe dazu deine Arme wieder an und rotiere wieder zur identischen Seite nach außen und du wirst feststellen, dass du dieses Mal um einiges weiter nach außen rotieren kannst. Mindestens sind es zehn oder zwanzig Zentimeter. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie viel bist du weiter gekommen. Viel Freude an dieser Übung. Deine Gedanken schaffen Materie.